Ja. Hallo Leute! Verrückt, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Verrücktesten Nasslook vs. was auch immer hier auf YouTube mit Lauris. Die ziemlich crazy ist. Hi. Ist crazier als deine Mutter. So. Okay, ist nicht crazy. Ja, äh... Rossita gegen Schlupok. Ich glaub, Schlupok sollte mir kein Schaden haben. Rückkehr! Ich hab so ein Prinzip, das muss ich immer erzählen, wenn ich ein Fluchtseil finde. Ich hab immer früher gedacht, als Kindes heißt Fruchtseil. Na, als... Oh, die leckere Fruchtseil. Ich weiß gar nicht, dass es Fruchtseil ist. 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 Du hast ja nichts gewohnt. Schon eigentlich fruchtig. Ich glaub, ich muss mein Wasser-Pokémon noch ein bisschen für die Arena leveln. Tatsächlich, glaub ich. Äh, schau ich. Äh, zuß. Jaja, jaja. Meine beiden Wasser-Pokémon? Eine Donnerwelle? Richtig ist das. Lasst doch bitte meinen... Die Wälle nur rüber, Mann. Das ist das denn? Los, Geldshark. Keine Zeit. Du musst zur Arena. Heftschark, vor was? Killt das? Alter! Das Prinzip ist einfach gewone-hitted. Gott. Mit welchem Pokémon? Mit Giflor. Geil. Glückwunsch. Ja. Geil-O-Matico. So. Wir brauchen... Also ich brauche... ...einen anderen Leech, weil ich gepaaret bin. Selbstverständlich. Das muss sein. Vor allem ist es in Gen 6 noch so, dass du die... ...also auch ein Viertel deiner Dings bist, an dem Speed. Mhm, das stimmt. Soooo. Ja, ihr möchtet gerne kämpfen. So. Wenn du noch ein bisschen mehr Arbeit im Rahmen hast, ...tue ich mal kurz ein paar Pokémon in die Box. Ich hasse es, so ein unordentliches Ding zu haben. So irgendwelche Ren-and-Plat-Pokémon drin sind, die ich nicht brauche. Auch wenn es eigentlich ganz praktisch ist, sie immer zu stacken, aber... ...ich werde es wahrscheinlich dann später bereuen. Mhm. So, wir machen! Ja, ich hab ja Blubber, das trifft ja beide. Ha! Von OP! Blubber! Trockenheit?! Alter! Ja, der hat ja nicht... Lichtschild. Nein, meine spezielle Lebenslehre wird geboostet, ...und ich glaube, dass der Gegner... ...nur physisch angreift. ...geil! ...GG! ...und Psi-Hau wird gefokust! ...und ist es tot! Was ist... Ja, ja, ist das Hochmut! Das ist richtig krass! Hast du auch das Psi-Hau-Gon bei dir geklatscht? Ja, und in der ersten Turn! Geil, viel Spaß mit dem Pokémon! danke danke schlecker aqua knarre letztes ist ja richtig der boy aber der gegner der schaden holy shit ich hoffe irgendein pokémon von dir stirbt schade hoff ich mal nicht das war so dumm was passiert was passiert ich hab ich hätte vieler rexen müssen aber nicht gemacht weil ich dumm bin aqua welt ist cool mach schaden am fizzel finte mach mal alles am fizzel hä wie was am fizzel noch mal ach so ich dachte gerade bei mir hat sie er an sich wie heißt es absolut reingeworfen nicht sein start so aus team bestehen aus das ist unser sport auf jeden fall diese vier pokémon ich hab jetzt drei feuer attacken pressen das wort ist es drei feuer attacken glaube nicht feuer wirbel nitro ladung und blut ist doch geil du kannst mit nitro ladung dich schneller machen du kannst mit feuer wirbel dein wie heißt es aber wollen wir ich glaube nicht nein nein nicht man darf auf der route unten übrigens kein pokémon war es die klippenroute ist richtig so ich habe sie gesiegt feine die auch gott ich bin in den counter eingelaufen gott laures was ist es auch gar nichts ist ein pflegger school die markers pokémon jetzt kommt ihr trainer ich werde euch alle fertig machen fluchtseil winkle was er gegen winkle ich habe ich habe der bruchzeile richtig lecker ja winkle konnte hat mein team bis auf sein gut ist noch nicht gut trainiert super schall ich hätte das kiefer aus vielen dank glaubt aus dem aqua weil er wird mehr schaden machen als die erste angriffe gegen was gegen gegen gold vermutlich schon okay gut steig lauris nett von dir habe auch deine hilfe nicht gebraucht ja ein bisschen doch so bitte ich noch nicht die ganze zeit selber frosch und mannix frosch und mannix fluchtseil oh gooooh bitte frosch und mannix gibt es irgendwie die speed dass man da anscheinend zurückkommt ich will nicht wie mann wir uns zurücklaufen oh mein gott es tritt sich so direkt mal enteinander selber oh ich na okay der grid hätte mich nicht mehr rausgenommen okay gut wird mir stinkt wenn ich nur wer leon ich bin ganz richtig ich hab keinen trank mehr getriggert oh gott na gut gehen wir ein shake guy fuck ich hab keine tränke gekauft ich bin richtig unvorbereitet das ist boostet ne ich hab schon alles zu mir verbraucht ich kann wieder einen schutz benutzen ähm ich glaub es gut darf nicht was nice komm schon alter rollum sieht richtig mad aus irgendwie dafür ist so eine eingerollte kugel ist sie da richtig wütend aus BÄM los oh vergiftet das ist mein Boy alter alter willst echt Serapendra haben ne Serapendra ist richtig cool ich liebe dieses Pokemon hat's doch Speedboost ne ne das ist halt erst zum Glück hat's kein Speedboost ich hatte keine Lust die ganze Zeit immer zu und so weiter und so fort verstehst du ne richtig ja versteh ich jay so jetzt bin ich auch ehrlich von dieser blöden Route runter bekomm ich jetzt eigentlich mal den guten Counter ehnton 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 bist du tot nein bitte oh 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 hättet's nicht einfach sterben können oh Please oh oh ein junger Gott, Alter. Ah, unlucky, I guess, ne? Oh, mein Herz ist kurz stehen geliebt. Ich hab' ich so auf das Serapenta gestorben. Der ist so lucky, ne? Der ist so lucky, oh mein Gott. Ich sag mal schnell alle Trainer ausweichen. Ich hab'n Item Radar getrunken, nice. Oh mein Gott. Okay. Das war zu viel für mein Herz. Welcher Trainer war das? Welcher? Welcher? Wie hat Trainer fickt dich quasi die ganze Zeit? Hey, schlägt mich die. Hey. Was hat dich gekillt? Nichts hat mich gekillt, Loris. Was hat dich fast gekillt? Äh, die Tuste mit dem Wingull und dem Anton. Ah, das ist ja aber krass. Du bist nicht... Ich bin so nah. Ja, ja. Ich war nicht so... Ich hatte das Problem, dass... Hundluster hat mich so viele Runden gekostet, weil es mich gejau... Was für Hundluster? Echt? Ah, okay. Ich hab's glaub'n gewonnen. Ja, ich hab' mein Sango vorne gehabt, um es zu trainieren. Dödödödöd, Wingall ist tot. Und auf! Warum ist das Campside-Teil? Dann könnte ich's auch einfach killen. Oh, zum Glück war das Campside-Teil. Selbstens wäre das ein Konklusion-Stab gewesen, wenn ich meine Rolle immer aus dem Leben genommen. Der Biss macht der Gans. So, machen wir auch kurz die anderen Trainer hier, um das Sango ein bisschen zu trainieren. Ach, ich hole auf, Mann, Geist. Ich bin einfach okay. Aber dann bei der Arena. Hast du Wasser-Pokémon? Du hast einen Pflanzen-Pokémon. Ja, natürlich. Ich hab' zwei Wasser-Pokémon und einen Pflanzen-Pokémon. Alter, die Konfusion hat zwölf Schaden gemacht. Ich bin Lauris. Ja. Besser als du. Enternstod. Welche Levels sind deine Pokémon, Lauris? 21, 21 und ich glaub' 21. Also, 22 und ich glaub' 19 oder so. Und bei dir... 21, 22, 22, 22 und 16 oder 17 halt. Äh, Sango. Okay. Angler! Tentacher! Okay. Erstens, ich muss meine Wasser-Pokémon trainieren, für die Arenas im Kopf. Ja, du hast auch zwei Wasser-Pokémon aus und einen Pflanzen-Pokémon. Ja. Ja. Ja, da muss ich trainieren. Säure. Alter. 15 Schaden. Bitte... Mit Säure hab' ich schlecht... Mit Säure hab' ich schlechte Erfahrung. Mit Säure hab' ich schlechte Erfahrung. Bitte crit mich nicht. Okay, ich muss das nicht mal... Gift-Spitzen? Richtig, ja. Tryhard. Das legt die Hässe als aus, Mann. Ich hab' Gott so gut gut, dass ich einen Gift-Pokémon habe, welches am Boden ist. Tentacher. Hast du dich schon gegen die Gift-Spitzen hier auf der Route vorbereitet? Ich seh' schon, Auris. Ja, ich bin voll vorbereitet, Mann. Du hast einen richtig guten Plan. Für die Nasser, welche Pokémon du fangen willst. Was ist das, Tentacher? Nice. Gut, stark. Kann ich mal bitte einmal flinschen? Das wäre echt cool. Alter, er senkt meinen Speed. Ist das dein scheiß Ernst? Bitte aus Speed, das Tentacher immer noch. Oh, na, tut das nicht. Zwei Lagen Gift-Spitzen jetzt vom Gegner raus. Aber es ist mein Gift-Spitzen, was ist denn mit einem anderen Pokémon? Ne, bitte. Wer hat denn Tentacher? Wer hat denn Tentacher? Der... Der hat drei Tentacher, der Typ. Ah. Cool. Bei dem Typen mit dem Wingal und bei der... Ollen mit dem Wingal. Und Dings. Ähm. Da war ein Angler mit drei Tentacher. Also, ja. Ich hab den Tentacher schnell. Oh mein Gott, ihr dumme Muschers mit dem Schutzschild. Ist irgendwie ein Kumpane von dir wahrscheinlich, Lauris. Und... Will nur mich aufhalten. Ah, der hat mich gequittet. So ein Lackermann. Ich lebe noch. Quitt! Ah. Okay. Und schlitzer los, Tabasco! So. Äh, fuck, hast du die Uhr im... Überblick, Lauris? Ich weiß nicht, wie es damit ausschaut. Äh, eins... Wir haben 1,45. Ich weiß nicht, warum man braucht man 1,50? 1,50 wie gut, ja. Stern, du bist jetzt noch... Okay, okay. Können wir jetzt über das... Ja. 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 Turbotreher? Oh nein! Pssch! Das war, äh, ziemlich knapp. War das 1,50 zu früh? 1,55? Wenn wir die Folge länger als zu kurz, ist das besser. Okay. Ja, wenn wir nochmal die... Die Folge länger als zu kurz, dann ist das nicht schlimm. Oh, du hast mich auch mit Turbodreher klatscht. Ich glaube, dass er sich mit Choice Band in Turbodreher gelockt ist. Okay. Ich hätte aber keinen einzigen Trainer skippen, weil ich der verarmen würde. Ja, ich will die auch nicht skippen, ich muss ja nur halt... Anglatt. Alter, der hat ein Muschars. Da bin ich jetzt auch gerade. Ja gut, die Tentars, die skippe ich, auf die habe ich echt keinen Bock. Warum nicht? Welche Tentars wird bleibt sind, glaube ich. Ich weiß noch jeder. Nein, Tentars sind cool. Lass mal die Tentars noch holen. Los, flinch das Muschars! Alter, Muschars, das hängt die Scheiße weg. Danke für die TM, stärke jetzt... Lass mich nicht fertig machen, du Arena-Leiter. Am besten jetzt sofort, damit ich noch Lauri's weiter überholen kann. Ich muss halt die ganze Arena machen, neu. Mega-Sauger! Relivela Arena. Oder Relivela, keine Ahnung. Okay. Ich kletter hoch, kletter zur Seite. Ich kletter hoch und wieder runter. Ist das jetzt neuer Song von dir? Kannst du den Online-Share? Ja, mach ich auf jeden Fall. Ich kletter hoch. Da musst du so ein krasser... Da musst du so ein Luster... Ich mein... Warte, darf der mich nicht nehmen. Du kletter runter, du kletter hoch. Ja, genau so. Ne, war ich nicht. Sorry, Lauri. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh mein Gott, ich hab meine... Das ist richtig... Das hat mich jetzt... Das enttäuscht mich jetzt schon. Bist du schon in den Kampf gegangen? Ja, ich habe Frosch und Mannings wechseln. Ich merke gerade, es hat nur 20 HP. Halt, ob du schon in Mariana-Kampf bist. Ich hab gerade gegen die Angela gekämpft und hab vergessen, danach zwei. Ja, was hat denn die... Die Olle da? Maske Regen, okay. Bring ich das viel Erfahrung? Ich hab immer schon. Ich mag nämlich Erfahrung auf meinem Wasser-Pokémon. Hahaha. Das hat Bedrohung, willst du nicht verarschen. Ja, das will ich nicht verarschen. Alles gut. Okay, dann wechseln wir mal raus. Warum sollte mich ein riesiger Käfer bedrohen, hallo? Warum muss er halt? Der hat mich auch schlade. Oh, Plato Mannings. Ja, das kann mich töten, wenn es nur fünfmal trifft. Gut, halt nicht fünfmal getroffen. Nett. Never lucky. Ist ja nicht so. Armer kleiner, nie zu miet. Richtig. Wäre ich nice gewesen, wenn du Goka verloren hattest. Wie ist mein Frosch und Mannings in dieser Arena? Oh, Rie. Oh Gott. Relikant. Relikant ist nice. Na, hast du ganz proben? Ah, nee, hast du nicht. Oh. Egal, die Aquaville wird schon schaden machen. Flosch und Mannings. Oh mein Gott. Das war ein Crit. Und das hat nicht mehr die Hälfte gemacht. Oh, ein AP! Oh mein Gott. Ach, du bist eigentlich so lucky. Du bist so lucky die ganze Zeit, ne? Oh, ich hab halt kein Pokémon, was gegen Relikant was machen kann. Ich glaub ich muss echt Tabasco sacken. Ich glaub ich muss echt Tabasco sacken. Oh Mann, ich hab so viel an diesem Pokémon gearbeitet und jetzt stirbt es. Oh. Schade. Ich hätte auch Pokémon mitnehmen sollen, die ich zum Sacken nehmen will. Aber ich war... Ich mag's in Ordnung in meinem Team zu haben. Ja. Jetzt bin ich... Oh mein Gott, das ist so Relikant. Tja, ja. Kann Helles im Leben haben, ne? Ahhhh. Ja gut. Heimikus, Frosch und Mannings auf. Es tut mir leid, Tabasco. Ich konnte es leider nicht am Leben erhalten, weil ich ein Platt bin. Ahhhh. Oh Mann! Never lucky! Ja. Mit einem KP, ne? Never lucky. Ich glaub Fireblaze kann sogar zwei Angriffe überleben und mit Drachenwut sollte ich's rausnehmen können. Das ist meine beste Chance. Kann ich da rüber angeln? Nein. Kann ich hier rüber angeln? Nein. Ich hol mir jetzt mal einen neuen Account, bevor ich in die Arena gehe. Und Drachenwut? Bitte? Komm, gib mir Evoli, 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 Evoli. Mach du was? Evoli! Ahhhh. Musst du doch fangen. Wo hast du ein Evoli gefunden? Oh nein. Oh gut, das war schon. Ich hatte meinen Fireblaze verloren. Aber zum Glück ist die KI dumm. Oh mein Gott, die Arena ist echt hart. Für das Relikan war ich nur hart. Aber... Oh Gott! Also ich muss jetzt nur noch fangen, ob das ist machbar. Oh mein Gott! Ich hab nicht gewartet, dass das Relikan so schnell ist. Bitte... Bitte Critte nicht, Aquaknarre! Okay, das passt. Ähm, kann ich jetzt nochmal Biss einsetzen? Bitte Critte nicht Biss! Bitte, 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 Biss! Bitte Critte nicht! Nein! Ich will das Evoli haben! Ein guter Encounter! Okay, okay, es lebt. Okay, jetzt kommen die Superbälle. Oh Mann! Ich hab sechs Superbälle und sieben Pokébälle. Scheiße! Oh, gib mir Evoli! Ich will Psy-Anna oder Nachthara haben! Ah! Nein! Das ist direkt rausgekommen! Okay! Ah, ich geh mal hier entlang. Entschuldige ich, diese... Okay, das war falsch. Los, Superball! Aber ist wahrscheinlich total lächerlich. Ich glaub, ich muss mir vielleicht auch Blitzer. Hä, was ist das denn? Ich will endlich mal einen Ball haben! Das hat nicht mal einmal gewackelt bis jetzt. Das ist richtig lächerlich. Ja, das ist Evoli ja nicht selten. Ich glaub, 20% auf der Rute oder so. Auf welcher Rute? Ah, bleibt mir zum Ball! Eins! Alter, nächste Rute! Da bist du schon hingegangen! Cheater! Ja, die Arena erstmal geskript. Also, ich kann noch mal bis einsetzen, weil ich Minus 2 bin. Bitte Kritte nicht! Ich jetzt Kritte nicht, hasse er mich für immer. Und? Oh Gott! Gott sei Dank! Kiesling! Och du Tage! Ich find, Kiesling ist so niedlich. Das ist einfach so ein Stein, Mann. Kiesling, ja. Kiesling, was ein bisschen... sehr... an den Damenausgang eines mönchlichen... eines Menschen erinnert. Oder an irgendwas eines Tiefes erinnert. Kein Damausgang! Ja! Und sie... Sieht aus wie ein Arschloch! So, Evoli, ja? Bleib jetzt! Pokémon ist vorbei! Los! Blitzer ist schon cool, ne? Blitzer ist... 1... 2... 3... Oh Gott! Das Problem ist, du brauchst Jahre für die Nara. Wir wollen... Wir sind immer noch nervös, das so. Wir brauchen ja... Ich muss ja vollkommen mehr aussehen, was irgendwie Viable ist. Fang! Ich könnte Schlafpuder einsetzen und dann... Mhm. Komm. Schlafpuder! 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 Oh, die Levels sind auf einmal so hochgespiked. Das ist ekelhaft. Ah! Ich brauch einfach Jahre für dieses Evoli. Aber ich will Evoli haben. Ja, ich hab gleich die Arena fertig. Oh, Kabal! Oh, endlich mein Pokémon, was keine Robustheit hat, Alter. 1... 2... 3... Ah! Gott sei Dank! Das ist ein Ball. Nur ist ein Famille! Aber ich kann Evoli moment nicht benutzen, weil es einfach zu weak ist. Evoli ist einfach zu weak. Das kann man nicht ignorieren. Ja, ich möchte Evoli in den Spielzern geben. Das ist auch schon wieder männlich, Mann. 5 HP, da ich bin... Ich lebe richtig am Limit. Hirschel. So! Hirschel ist am Start. Gut, äh... Heilen und die Arena gehen. Das ist jetzt mal das Ziel, Mann. Okay, viel Spaß, muss ich. Ich hab wieder mit 5 HP... Oh, zu probieren, glaube ich. Nee, ist in Japan. Das ist... Frosher Mannix. Lebt die ganze Zeit am Limit. Ah, du bist so lucky, ne? Richtig lucky, ey. Psiwelle. Wie viel macht die? Ich kann mein... Boah, es ist nervig. Was denn? Sein Nuna Stein. Und sein Sonn... Ihr Sonnfell. Ja, mhm. I know. Oh, okay. Doppel Drachenwut. Das sollte reichen. Du kannst auch mal einen Pokémon verlieren. Klappe. 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 Ja, noch ein Pokémon. Deswegen ist... Das Ding ist... Ich hab... Ich hab ein ganzes Ziel, was ich ersetzen könnte. Aber ich nehm's nie mit. Weil, weißt du... Ich will keine Pokémon-Tacken. Ich will einfach sinnlos sterben lassen. Da wird so ein Death-Counter hochgelaufen. Ich bin... Was für ein Death-Counter? Ja, existiert nicht. Aber so... Im Sinne existiert er schon. Finde ich, haben wir jetzt beim Angeln Pokémon? Bitte? Na gut, dann geh ich kurz ins Pokémon-Center. Ah, ich hab Pokémon. Okay, was Gutes. Was Gutes, was Gutes, was Gutes, was Gutes. Was Gutes, was Gutes. Ey, Libiskus. Ja, nicht als Encounter. Und... Flockt. Junge, Libiskus ist super schnell. Das ist Usain Libiskus. Ich weiß. Still. Okay, ich bin entkommen. Okay, ab in die Arena. Ich hab noch keine Minute mehr Zeit. Ist gleich vorbei. Es ist vorbei. It's over. Okay, Leute. Ähm, danke fürs Zusehen. Schaut mal Leon vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.